Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sanfinkold. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen, weiteren Unboxing. Ich habe wieder was für euch. Zwei Pakete habe ich bekommen, das war alles in einem riesigen Paket drin. Ich weiß gar nicht, warum die immer solche große Kartons verwenden, wenn sie so etwas verschicken. Ich habe es schon rausgenommen aus der Versendkartung, so liegt es dann drin in Versendekartung. Das machen wir erstmal zum Schluss. Das liegt ein bisschen auf die Seite und wir kommen erstmal dahin. Ja, hier sieht man schon ein bisschen was durchschämen. MSW 500, Headset System von Fame Digital. Und da sieht man auch ein bisschen was durch. Aber ich denke, wir machen es gleich mal auf, das Ganze. Und schauen uns das etwas genauer an. Oh, jetzt habe ich es ein bisschen kaputt gemacht, egal. Macht ja nichts, macht nichts. Ich reiße das mal raus hier, so. Jetzt habe ich noch irgendwas runtergehauen und ich weiß nicht genau, was es war. Es liegt auf dem Kopfhörerkabel. Hier sieht man schon ein bisschen was. Ja, das Ding ist ein bisschen zu groß für die Aufnahme. Deswegen nehme ich es auch gleich fix aus dem Dingensbums raus. Aus dem Karton. Jetzt werde ich wahrscheinlich einen Schnitt machen müssen, denn ich muss das Bild drehen. Ich nehme ja quasi auf den Kopf auf. Jetzt drehe ich das Ganze. Jetzt ist es dann eigentlich richtig rum, laut Videoaufnahme. Aber von mir her ist es jetzt auf dem Kopf. Deswegen muss ich einen Schnitt machen dann. Und muss dann noch richtig machen. Richtig rumdrehen. So, ich habe es trotzdem mal aufgemacht. Jetzt sieht man mal, was hier drin ist. Einmal eine Bedienungsanleitung. Die ist wahrscheinlich komplett in Englisch, nehme ich an, weil hier ist nochmal eine dabei. Und die ist in Deutsch. Benutzerhandbuch. Hier sieht man es. Mal gucken, wie man es macht hier. Hier kann man es lesen. Das ist ein MSW-500 UHF kabelloses Mikrofon Benutzerhandbuch. Das ist kein Mikrofon, sondern das ist die Empfangsstation und Sendestation. Kein Mikrofon. Mikrofon ist in dem kleinen weißen Paket drin. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt nehme ich mal alles so ein bisschen einzeln raus. Das hier ist die Sendeeinheit. Mit einer Antenne hier. Einem kleinen Display zum Abgleich mit der Empfängerstation. So. Das ist das hier. Dann sind dabei. Das finde ich cool. Batterien sind mit dabei. Hier ist die Linse. Ja. Batterien sind mit dabei. Dann ist es mit dabei. Dann bleibt nochmal stehen und sei nicht so zickig. Ein kleines Netzteil ist auch mit dabei. Das ist mal cool. Das ist ein kleines Netzteil. Nicht immer solche riesen Klopper. Das finde ich ganz gut. Und es ist dabei ein... Was war denn das noch? Das hier war noch. Schrauben. Sind auch noch mit dabei. Das gehört so woanders hin. Hier ein Klinkenkabel. 6,3 Millimeter Klinke. Finde ich auch ganz gut. Das dabei ist. Dann sind dabei Rackwinkel. Zum Einbau in einem Rack. 19 Zoll Rack nehme ich an. Zwei Stück. Dann wie gesagt. Die dazugehörigen Schrauben. Und. Ja. Keine Ahnung. So Dinger. Wo man halt dann drauf drückt. Dass das ein bisschen hübscher aussieht. Ist das bei mir runtergefallen. Der Scheiß. So. Das packe ich jetzt alles mal wieder da rein. Und das hier ist dann die Empfängerstation. Ich finde es schon mal richtig klasse. Dass das alles schön in so einem Hatschalenkoffer verpackt ist. So sieht das Ding aus. Moment. Mach ich mal zu. Hier. So. Genau so. Hier ist der Anschaltknopf. Hier Set. Automatik. Man kann die Frequenzen einstellen. Wie das Ganze jetzt funktioniert. Kann ich noch nicht sagen. Ich weiß bloß hier ist ein Infrarot Port. Das heißt. Diese. Sendeinheit. Hier. Diese Sendeinheit. Kann ich via Infrarot. Abgleichen. Die Einstellungen die ich hier vornehme. Werden via Infrarot auf die Sendeinheit übertragen. Oder umgekehrt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das so eine Verbindung zwischen Sendeinheit und Empfangseinheit. Da hinten kommen dann zwei Antennen. Apropos Antennen. Moment mal. Da fehlt doch noch was. Wo sind denn die Antennen eigentlich? Wo sind die Antennen? Ah. Okay. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ganz vorne. Das habt ihr gar nicht im Bild gehabt. Das sind die Antennen. Die zwei. Die sind da auch noch mit drin. Zwei ganz schön große Dinger. Ach ja. So. Hier hinten ist der Stromanschluss. Da kommt dann der Output. XLR Output. Entweder per Klinke oder per XLR. Und der Anschluss von den beiden Antennen. Das war es dann schon. Da stellt man irgendwo hin. Antennen dran. Mikrofonkabel angeschlossen. Und dann kann es schon losgehen. Das dazugehörige Mikrofon. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Platz schaffen. Ich schmeiße einfach mal alles auf den Boden runter. So. Zack. Und zack. Und das dazugehörige Mikrofon habe ich hier. Ein Headset habe ich mir dazu bestellt. Das war so ein Bundle. Das gehört so zusammen. Jetzt steht natürlich der Koffer auf dem Kopf. Später, wenn ich das geändert habe. Aber das hier ist richtig rum. Das ist so wichtig. So. Da ist auch ein bisschen was drin. Die Kattung ist leer. Der kommt so in einer weißen Kattung. Was ist denn das? Das sind zwei kleine Dinger drin. Ich weiß nicht, ob ihr das im Bild habt. Und so ein Plastikding. Keine Ahnung. Was das ist? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ein Quickstart Guide, oder? Mit Informationen. Ja, mit technischen Informationen auch. Mhm. 23 Gramm ist das Ding schwer. Und der Frequenzverlauf. Hier. Nicht schlecht. Relativ linear. Und dann eine Anhebung in den Höhen irgendwo. Da hinten. Wenn ich das richtig interpretiere. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt der ein Tontechniker was ganz anderes. Ich interpretiere das gar nicht richtig. Aber so würde ich das interpretieren. So. Und das hier. Ja, schnuckelig. Man kann es, glaube ich, für möglich halten. Gegen die Klopper, die ich sonst immer habe. Tüte auch mal weg auf die Seite. Das ist jetzt das Headset. Hier ist das Kabel. Ein Mini-XLR-Anschluss. 23 Gramm schwer, das Ding. Hier ist das Mikrofon. Mit einem Popschutz von vorne dran. Den man eigentlich nicht braucht, weil es ist ja seitlich am Mund platziert. Die Ohrbügel. Einmal hier. Und einmal hier. Das kommt dann so ins Ohr. Wird es da eingehakt. So. Und dann hat man es hier an der Wange, das Headset. Cool. Es ist leicht. Und es ist für mich praktisch. Dann auch für Unboxing oder so. Oder für Duals. Dann habe ich nämlich da nämlich die Hände frei. Oder ich muss mich nicht mehr so verrenken, damit ich mit dem Mund am Mikrofon dran bleibe. Denn da habe ich das Mikrofon immer da. Aber ich werde es mal testen. Natürlich gibt es da auch wieder ein Review. Und vielleicht mache ich damit auch noch ein... Ja, was heißt vielleicht? Eigentlich müsste ich es ja machen. Traditionsgemäß müsste ich ja aber auch noch einen Ingame-Soundcheck machen mit dem Ding. So. Das soll es gewesen sein für das Unboxing. Ich packe das mal alles schön ins Bild nochmal. Weiter nach hinten dicht. Die Antennen habe ich. Wo ist denn die Einheit? Die ist glaube ich wieder im Koffer drin. Ja. Das soll es gewesen sein für das Unboxing. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne wie immer in die Kommentare reinschreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bye, bye, winke, winke. Hier war euer Sunfin Call mit dem Unboxing vom Fame MSW500 Funk Headset Set. Okay. Ihr wisst, was ich meine. Tschüss, bye, bye, winke, winke. Bis zum nächsten Mal.